Ja, wir bei Lindner legen nicht nur Wert auf Design, Komfort, Sicherheit und eine effiziente Leistung am Traktor, sondern das Wesentliche worauf wir Wert legen ist, dass der Landwirt mit Freude am Traktor seine Arbeit verrichten kann. Im steilen Gelände ist der Lindner einfach hervorragend. So etwas wie Süßes und du kannst einfach überall brauchen, das ist für alle Einsatzbereiche ideal. Ich wollte einen Traktor bei mir aufsitzen, wo ich mich sicher fühle und bei dem ist das so. Wir haben in Kärnten eine Berglandwirtschaft, wo der sehr gut zum Einsatz gekommen ist. In der Folge haben wir dann immer wieder Lindner gekauft und da war der Lindner damals, zu der damaligen Zeit mit 35 kmh Getriebe, einer der schnellsten Traktoren. Das ist auch ein Grund, warum ich mich für Lindner entschieden habe und auch in Zukunft für Lindner entscheiden werde. Die ganze Kabine, weil es übersichtlich ist und wir einen relativ kleinen Betrieb haben und für uns einfach die Wendigkeit und Geschicklichkeit macht das Fahrzeug einfach für mich hochinteressant. Wenn du ein Sonderding möchtest, für einen Traktor kriegst du ja bei Lindner das und bei der anderen nicht. In seiner Größe und Bauart glaube ich, dass er absolut die beste Kabine zu bieten hat und für uns und auch für den Alpinenraum generell das beste Fahrzeug am Markt ist. Also fahren dürfen wir noch nicht, aber ich finde ihn echt super. Also vom Ausstand her auch die Farbe, der Rot. Seit 22 Jahren fahren wir schon Lindner, den Lindner 1700 und heute sind wir da, weil mein kleinster Sohn Wunsch hat zum Geburtstag, dass er zur Lindner-Ausstellung fährt und das war sein Wunsch. Und warum hast du das Wunsch? Ist das ein spezieller Grund? Ja, weil er irgendwie ein toller findet. Die Technik, das haben wir irgendwie so eine coole Gangeschaltung und so.